Ich bin Melanie Oppliger, arbeite in der Beschaffung für die Disposition und Support Produktmanager. In meiner 70-jährigen Karriere als Volkmitarbeiterin durfte ich schon viele Highlights erleben. Sagen Sie das Führen einer Verkaufsstelle oder der erfolgreiche Abschluss von Lernenden. Mit einer offenen und interessierten Art stehen den talentierten Mitarbeitern viele verschiedene Wege in der Volkwelt offen.